Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wäre schon ziemlich traurig Tja, Charlie So ist das, wenn man Spaß hat Willkommen am Stand mit den Mängelexemplaren Du stehst auf Football? Ich steh total drauf Leichte Widerstand! Passiven Widerstand! Was macht sie denn da? Keine Angst, das macht sie ständig Glaubst du, die Leute würden noch mit dir reden, wenn sie wüssten, wie verrückt du wirklich bist? Gut, dann sind wir eben alle Psychos Was willst du mal machen, wenn du hier raus bist? Ich würde echt gern Bücher schreiben, aber ich weiß nicht worüber Schreib doch über uns Du nennst es die Zicke und der Falke Und wir lösen Kriminalfälle Drei Minus, meine Herrschaften Ich bin unterm Durchschnitt! Unterm Durchschnitt! Unterm Durchschnitt! Warum suchen ich und alle, die ich liebe, uns immer jemanden aus, für den wir nur Luft sind? Wir glauben wohl, wir hätten es nicht besser verdient Du siehst etwas und du verstehst, worum es geht Du bist ein Mauerblümchen Ich dachte, niemand hätte mich bemerkt Ich weiß, viele Leute werden sagen, das ist gar nicht wirklich passiert Und irgendwann werden es nur noch Geschichten sein Aber jetzt gerade, da leben wir Und in diesem Augenblick Ich schwöre es, sind wir grenzenlos